hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal am meisten heute habe ich vom geliebt vom guten harry for and also von einem abonnent dieses paket bekommen und ich habe eigentlich fast weiß ich was nicht was da drin ist und deswegen machen wir es jetzt auch okay jetzt habe ich es aufgemacht ich bin ganz schön gespannt was hier drinnen ist okay eine große schachtel hier haben wir ganz viele kleinen pellets sage ich jetzt mal also sehr sehr gut verpackt und hier ist eine box hier einmal dabei seite ist hier noch was und das heißt hier ist eigentlich alles in dieser box dann würde ich sagen machen wir die mal auf also schöne box schon mal hier haben wir watte cool die kann ich auch verwenden ich habe ich bin gerade habe keine watte fast mehr hier so kleine kügelchen oder steinchen hier auch also die sind aus styropor wie es aussieht und das sind so echte weiße schon mal vielen vielen dank dafür dann haben wir hier petten ein verschlussdings und so holz spachteln auch cool wo was denn hier drinnen hier sind tränken und hier ist auch so ein so eine tränke oder doch futter auf zum futter aufstellen auch sehr sehr nice aus glas dann hier noch mehr watte das ist auch ziemlich cool jetzt habe ich erstmal bisschen watte und hier sehe ich da krabbelt etwas das mache ich schnell wieder zu hier haben wir mehrere plastikreagenzgläser die großen sehen ziemlich nice aus ok und jetzt kommen wir hier was wir hier haben auch noch so ein holz ding ok das ist hier der deckel sozusagen ich mache das jetzt mal raus ach du kacke nein das hast du nicht gemacht er hat mir eine kolonie zugesendet eine ganze kolonie hier seht ihr sie geht hier eine menge blut wo nach so vielem dachte ich das ist echt schon reicht und hier die ganze kolonie und das regent ist auch irgendwie so ein ziemlich cooles format vielleicht das sagen kann ja sieht man nach als sieger aus sehr 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 großen dank dafür also war und die ist ja auch gar nicht mehr so klein wow vielen dank was mir jetzt nicht noch eine zweite kolonie zugesendet oder nein hier hast du ein die ergänzt glas für mich noch ein großes mit einem stöpsel wow das hätte ich jetzt nicht erwartet was hast du mir denn alles zugesendet eine sache wäre doch schon genug ach du heim wow ich kann einfach nur danken wirklich und das hier ist auch eine richtig geile box von dir mit einem deckel vielleicht werde ich die für die last sneaker benutzen zu den last sneaker kommt später noch videos aber ja vielen 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 herzlichen dank an alles was du mir gesendet hast umsonst umsonst muss ich sagen er hat nichts dafür verlangt also vielleicht den versand den kann ich dann später noch bezahlen aber fantastisch fantastisch hier guckt euch die kolonie an für las niger eigentlich ziemlich groß vielleicht so 40 50 und wie viel brut da ist enorm wo ist die königin die ist irgendwo da auf der watte ich versuche mal dran zu kommen ja aber auf jeden fall ist die königin da ja vielen 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 herzlichen dank ich kann ja nur unnahlig danken deswegen verlinke ich den kanal unten in der video beschreibung geht zu ihm und guckt euch das an und abonniert ihn also wow ja ich bin jetzt ein bisschen sprachlos wie man hört das kam jetzt echt unerwartet ja zu den last sneaker kommen noch videos hier zeige ich nochmal hier ein paar die ergänzgläser hier diese der gänzgläser in diesem großen format das hätte ich auch noch nie gesehen dann hier der schöne botengrund den ich dann verwenden kann für die box für die glasene sneaker dann hier natürlich die pipetten und so und das ganze und die holzspachteln auch ziemlich nice hier ein schaschlik spitz und hier wofür ich auch sehr dankbar bin sind diese kleinen näpfe die werde ich dann auch später verwenden ja zu den last sneaker kommt dann später noch ein video ich würde sagen geht zu ihm abonniert ihn und ja wir sehen uns in einem späteren video bis dann